Herzlich willkommen hier beim 365-Tage-Manifestationskurs. Mein Name ist Ilona Selke, ich bin internationale Bestsellerautorin und leite seit 1985 Menschen in Meditation an, wie sie ihren Geist einsetzen, um interaktiv mit Geist und Materie hier auf Erden ein besseres Leben zu kreieren. Ich habe auf allen fünf Kontinenten unterrichtet, ich habe Lehrer auf allen Kontinenten. Die Kurse sind von mir in sechs Sprachen übersetzt, Chinesisch, Deutsch, Französisch, Englisch, Spanisch, Tschechoslowakisch, Polnisch, Hindi, Russisch und ich lade dich ein, um an dieser Weltbewegung von Bewusstsein teilzunehmen mit mir. Ich habe eigens dafür diesen Kurs geschaffen, 365 Tage Inspirationen, Zitate, Texte und wöchentliche Meditationen, die du in einer kleinen Gruppe mit Menschen, mit Gleichgesinnten teilen kannst, die du entweder als Aufnahme bekommst oder für dich alleine in der Woche machst und dann einmal im Monat dich mit mir triffst und den anderen Teilnehmern oder per Aufnahme dir das alles anhörst, wo du einmal im Monat den großen Monatsrahmen spannst. Also einmal in der Woche einen Meditationsmoment mit einer Gruppe verbringst, circa eine Stunde, um zu sehen, was gut gelaufen ist, wohin du wirklich möchtest, was du verbessern kannst und um dir einen Leitfaden für die Woche zu setzen mit anderen zusammen und am Ende der Woche dich wieder mit ihnen zu treffen. Dieses alles biete ich für den Einmonatspreis an, wo du eine App bekommst, wo du täglich meditieren kannst und dir täglich Visionen setzen kannst, wo ein Vision Board drauf ist, dass du dir basteln kannst, dir Ziele setzen kannst, wo du täglich zu den Zitaten auch inspirierende Texte bekommst, die dir helfen, deinen Geist jeden Tag immer wieder auf etwas Positives zu lenken, auch etwas Reflektierendes mit Fragen für dich selber, um am Ball deiner spirituellen Entfaltung zu bleiben. Wenn es dir so geht wie mir, es tut mir und hat sicherlich auch dir gut getan, jeden Tag etwas zu lesen, was inspirierend ist oder dich nach innen bringt, wo du reflektierst, anstatt ständig nach außen orientiert zu gucken, was zu tun ist oder was an Neuigkeiten in den Nachrichten zu finden ist oder reflektierst oder frustriert über die Tatsache ist, dass sich Menschen immer mehr spalten. Lass uns zusammenfinden. Lass uns unsere geistigen Kräfte in kleinen Gruppen zu Lichthäusern werden, damit wir auf der ganzen Erde verteilt, aber jetzt mit mir hier erstmal im deutschsprachigen Raum uns einmal in der Woche zusammenfinden und bewusst den Anker setzen und die Vision für die kommende Woche. Anschließend einmal im Monat uns treffen und zusammenfinden mit einer Live-Meditation, die ich jeden Sonntag am ersten Sonntag des Monats um 10 Uhr morgens leite. Wenn du nicht Zeit hast, daran teilzunehmen, kannst du dir immer die Aufzeichnungen anschauen. Wir haben Gruppenleiter, dein Gruppenleiter, der dich vielleicht eingeladen hat, einmal in der Woche teilzunehmen und vielleicht hat der Gruppenleiter abends oder morgens seine Gruppen angelegt, entsprechend der Möglichkeiten, die in Deutschland herrschen. Ich bin international reisend, ich lebe im Moment auf Bali und insofern mache ich dieses Treffen einmal im Monat, helfe dir dadurch aber, einen Monatsrahmen zu spannen und mit dem Jahreskurs bist du einmal täglich, dann wöchentlich und monatlich in einen Entwicklungsrahmen eingespannt, den du anpassen kannst, so wie du es möchtest, aber der dich inspiriert, geistig, spirituell am Ball zu bleiben und vor allen Dingen zu wissen, dass es andere gibt, die mit dir auf dem Weg sind. Ich lade dich ein, diesen Kurs mit mir mitzumachen für einen Monatsbeitrag. Du kannst ihn anschnuppern kostenlos für drei Tage und dann den Monatsbeitrag von nur 29 Euro bezahlen, um alles dieses zu erhalten. Die Mehrwertsteuer wird entsprechend deiner Region noch dazu gerechnet. Du kannst jederzeit kündigen, wann immer du möchtest. Ich hoffe natürlich, dass du mit dem super fantastischen Angebot, was wir hier bieten, dass du ewig dabei bist und vor allen Dingen dich mit Gleichgesinnten triffst, um dich immer weiter zu entfalten. Die Meditationen, die ich leite, gehen in die Tiefe und tauschen aber auch uns mit höheren Dimensionen miteinander aus. Wir lernen die höhere Kunst, uns von Seele zu Seele zu treffen und üben dieses auch in unseren kleinen Gruppen. Mach mit, komm auf eine Reise über das Jahr hinweg und weiterhin mit mir, lese einige meiner Bücher, wenn du magst, um tieferen Einblick zu bekommen, wie dein Geist in die holographische Matrix von Raum und Zeit Eingriff nimmt. Wie du vielleicht schon erlebt hast und sicherlich bist du auch Teil dessen auch hier, dass dein Geist mit der Materie interagiert und dass dein Fokus die Antwort aus dem Universum förmlich anzieht. Ich freue mich, dich hier kennengelernt zu haben auf diese Art und Weise. Ich freue mich, dass du entweder mir eine E-Mail schreibst und dich weiter erkundest, was du machen kannst. Natürlich bieten wir auch Gruppenleiterausbildungen an und Gruppenleiterausbildungen für den Kurs Leben aus der Vision und vielleicht interessiert dich das Stöber hier vielleicht auf unserer Seite weiter, um deinen nächsten Schritt zu gehen. Komm, mach hier unten mit für die nächsten drei Tage zunächst kostenlos und entscheide dann, ob du weitermachen möchtest. Das, was wir anbieten, ist genial und unwahrscheinlich preiswert und bietet das an, was wir Menschen jetzt am meisten brauchen. Gemeinsame spirituelle Entfaltung. Ich danke dir mit lieben Grüßen hier aus Bali zu dir nach Europa oder in einen deutschsprachigen Raum. Namaste. Ich danke dir. Ich danke dir. Ich danke dir. Ich danke dir. Ich danke dir.